halli hallo und herzlich willkommen zum wimmelbild mittwoch ja nachdem jetzt letzte woche enigmatis 2 endlich durch hatten jetzt heute mit enigmatis 3 weiter der schatten von kakala ja genau der prediger ist ja immer noch auf freien fuß genau wir verfolgen ihn auf dem berg wir haben dann starten wir doch mit der schatten von kakala das buch ist leider dann blut im schnee ich geht beim laden wollte ich auch gerade fragen es ist not just about stopping ich will okay he took emily from remember rick i know but we can't let anger cloud our judgment that will only lead to us making mistakes and im Fuck Und der sitzt noch gepflegt am Steuer. Was ist das? ähm ich glaube du musst den ja das ist ja richtig action geladen hier diesmal du kannst was mit dem machen nee okay dann kannst du halt nix damit machen im moment kann ich nix machen erstmal alles mit ja da war sonst nix sonst hab ich im moment die feder auch die feder ist okay sammelobjekt was kannst du mit der tüte machen kann ich bestimmt aufmachen und da schmeißt jetzt die batterien rein muss ich jetzt die batterien reinschmeißen wo sind denn da jetzt einmal kann ich jetzt den schlauch mitnehmen genau rot markiert damit bei weiß nicht nur im kläbe war Kaput. Es ist nichts mehr da. Genau. Nur der war da. Guck mal den Rückspiegel. Zeichen des Bösen. Sollen wir die Effekte ein bisschen leichter stellen? Du meinst? Ja, das könnten wir vielleicht tun. Äh, Option. So den Sound. Die Stimmen kann man so lassen. Ein bisschen. Vielleicht so. Ja, ist glaube ich besser. Ähm. Dass man halt auch noch was hört, ne? Mit? Ah, ey. Du bist hier. Auto. Ja, schön. Das ist die Karte halt. Das ist die Karte halt. Die nehmen wir auch mit. Da waren auch noch so gute Sachen drin. Ja, Pillen und was auch immer das ist. Und unsere Marke. Ja. Ja. Aber natürlich. Mordwaffe. Sei cool. Okay. Sagte ich, ja, die brauchen wir. Weiß ja nie. So, dann. Können wir die aufschießen? Ja. Was? Ne, also aufschießen meinst du? Offensichtlich. Wegen der... Naja. Wegen der... Hecke. Ja, Garten. Heckenschere und so weiter. Ähm, da. Was? Ja. Schleifen? Nein, das ist keine Frage. Ja, aber hat jemand versucht sie wegzuschleifen? Ach so, ja. Könntest du aufhören, dass... Du kannst irgendwas mit dem Messer machen, oder? Du kannst aufmachen. Kaputte Klinge. Wir brauchen also irgendwo ein Korkenzieher. Ach. Naja. Kann ich das haben? Das Kabel sieht sehr stark aus. Vielleicht kann ich es als Tauch verwenden. Aber zuerst muss ich es los machen. Beim ersten Mal... ...aufklettern. Außen in die Vertiefungen, um den Mast hinauf zu klettern. Ah. Die können wir nicht... Die unten zwei können wir nicht bewegen. Die... ...die... ...die Sachen immerhin stellen kann. Ja, genau. Lass mich raten. Wackel, wackel, wackel. Bis wir den dann treffen, haben wir gar keine Munition mehr. Ja. So wird es ein. Ja. Aber ich will jetzt noch gucken was. Yes. Finde alle Blumen. Hier ist das Ding immer was. Brenne in der Hölle Prediger. Ja. Hm. Ah. So dann. Jetzt kann ich den Schlüssel nicht mehr mitnehmen, oder was? Okay. Ah. Muss sie in der Reihenfolge wegschieben. Ja, dann... Was haben wir denn da? Ah. Das müssen wir jetzt alles jetzt nochmal erfahren. Ja, so ungefähr. Ja. Raphael flieh Asmodai. Und ihn in die Oblivion. Seine Follower, die Reapers, ... 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 Das war's. Es ist so tight. Ja, jetzt kann man nur eingeben. Hm. Dann gehen wir in den Kahn im Raum. Nicht raten, hier müssen wir erst mal Kerzen anzünden. Ich denke mal, da musst du den Korken rausziehen. Aus der Schublade. Genau, ich muss den Korken aus der Schublade ziehen. Weil das ja auch immer so ist. Entschuldigung, also... Ja, nein, stimmt schon. War schon richtig. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Stimmt. Ja. Ah, wir haben wieder Beweise. Da kannst du doch noch was rausholen. Ja, genau. Noch mehr rausholen? Nee, kann ich nicht. Nein. Auf der anderen Seite... Ihn schreibt ich leider nicht viel einfacher. Warte, hier ist noch... Was ist das? Ah, hier... ...bauen wir noch die restlichen Ringe. Okay, dann... ...drück. Ah. Ah, da, ja. Ah. Die Karten könnten sich als nützlich erweisen, aber ich hab nicht die Werkzeuge, um sie zu analysieren. Aha. Ja, dann müssen wir mal gucken. Da gibt's bestimmt irgendwie noch... Einen Überraschungsgast. Einen Überraschungsgast, den wir brauchen. Haben wir sonst... Ah, guck mal hier, oben. Da liegt auch noch irgendwas. Ich will... Ihr habt ja ein Pergament, Apfel, Knobel, Fisch. Ah, das müssen wir bestimmt alle sammeln. Ja. Ein Wildbild oder so. Ah, da ist... ...liegt auch noch was. Kaputt. Ah, ich glaub, das brauchen wir dann... ...müssen wir reparieren. Wohin gehst du? Ja. Wenn mal Sonne ist. Und Gans. Aber das muss man bestimmt schmelzen. Erst einschmelzen. Weil dir ist einfach... Vielleicht kannst du das... Ja, okay. So. Das haben wir aber toll gemacht. So. Äh... Bum, 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 bum. Nein. Ja. So. Und... Der Arm kommt da hin. Aha. Und das kommt da in die Wand oder so? Ja, wahrscheinlich. Da rein. Klick. Ah, jetzt... Oh. Ah, gut. Kann ich auch. Ja, dann... Also, wir brauchen ein Pergament, ein Steuerrat, ein Jagdhorn. Ein Jagdhorn. Ähm, ein Schiff, ein Apfel, ein Blatt, ein Säbel. Vielleicht nicht der Säbel. Ähm, was brauchen wir denn noch? Ein Steuerrat. Da oben ist das Schiff. Äh, da ist auch das Blatt im Flügel. Genau. Ähm, was brauchen wir denn noch? Ein Steuerrat. Ja, genau. Ein Knochen. Der ist da oben. Ähm, da unten ist der Fisch. Jetzt fehlt noch das Jagdhorn und der Säbel. Geht bestimmt die Tür auf. Ah. Aha. Ich muss die Häuser nahe des Klosters reinigen, sodass mich die Menschen nicht aufhalten können. Aha. Och Mann, ja, ist... Oh Gott. Tja. Das Spiel lässt sich nicht einfach so... Ich muss das wissen, was wir wissen. Erstmal, der Prächer. Ich muss das... Ja. Ja, ha. Genau. Äh, nein, ich wollte eigentlich... Achso. Ich finde es auch bei wo. Das... Sieht so aus, ne? Ey, du kannst... Ja. Du kannst wahrscheinlich die... All die, die nicht einem von den Leuten zugeordnet sind. Ja, wie das. Hm, ein paar Pläne sind fit. Aber es erscheint, die stärkste Verbindung ist dieses Mountain-Monastery. Das ist wichtig für die Pläne. Okay. Hm. Ja. Ja, drück mal da drauf. Sieht so aus, dass ich zu Karakaroum bin. Ich brauche eine mehr detaillierte Pläne, um das exaktes Ort zu finden. Ich glaube, ich habe einen auf dem Koffer gesehen. Hm. So, und jetzt machen wir alles kaputt. Jetzt machen wir alles kaputt, genau. Äh, was ist das? Nix mehr? Ja. Den Dolch haben wir ja irgendwo... Also, beziehungsweise den hat ja der... Ah, die Sachen brauchen wir. Den musst du bestimmt spitzen. Ah, war da. Jetzt ist das Messer auch endgültig kaputt. Das ist es. Hm. Ja, jetzt machen wir das auf 3, lässt du. Und das drückst du, guckst du jetzt. Jetzt gucken wir erst einmal... Warte mal. Kannst du gucken, was da steht? Ah, da ist das Symbol, okay. Der 3-Kreis, oder? Genau, den Kreis mit dem Punkt. Ja, genau. Da machst du jetzt das, das mit 3 stimmt. Und dann noch da. Genau, jetzt machst du... Nee, nee, 3... War doch auf 3 schon gestanden. Ja, aber ich... Einfach da hinten, nochmal da hinten. Dann mach ich aber jetzt trotzdem auf die 5. Ja. Genau. Ist das jetzt die 5? Ja! Jetzt müssen wir... Genau. Da. Weil man kann auch übertreiben. Noch auf die 8. Nein. 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 Da irgendwie zwischendrin... Jetzt mal nur nach links. Was? Links. Nee, da geht sie nach oben. Was ist denn nach links? Links. 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 Da. Ja, wie schön für dich. So there you are. Ja, was denn? Rick, I think we've got him. Tell you everything once we're safely in the air. Kaputtes Flugzeug Du weißt ganz genau, was passiert ist Kaputt Entschuldigung Ja, dann drück auf den Knopf Ja, aber Du bist da so eine dumme Nudel Wie will die das? Jetzt drück Jetzt sieht sie das Hier, Nagelset Kannst dich umdrehen Dann ist da bestimmt irgendwas, was du jetzt benutzen kannst zum helfen Der Wreck ist unstabil Ich hätte besser einen guten Ankerpunkt finden, bevor wir fallen Sondern warum Ich glaube der Reichweite Ist Ups Geil Mit dem Feuerzeug Noch irgendwas? Im Moment wahrscheinlich nicht Haben wir ne Feldflasche Kannst ja dem dir vielleicht das Wasser über den Kopf schütten oder so Oh, super Wo bin ich? Climb zu mir, Rick Ich werde dich hoch Es ist zu unmöglich Geh, schau dich selbst Ja, sicher Ich werde dich immer hinterlassen Gib mir ein minuten Ich werde etwas herausfinden Hm Da? Ja Ja Noch? Noch was? Nee, ich glaube ich Jetzt musst du auf den Baum schießen Da oben Ah Ich muss dich rumdrehen Ja, ich dreh mich doch schon Geh Nein Ah, jetzt mal Jetzt machen wir die Jurassic Park Nee, dieses Ding könnte nicht mehr explodieren Halt doch die Klappe, da habe ich auch gar keine Ahnung Ach so Ich habe keine Ahnung Das war das Rest Benzin, was irgendwie Die Und das Feuerzeug Ja, das haben wir ja doch einstecken Das ist einfach noch nachgewirkt Let's take a look around Nur umgucken, nichts anfassen Das erste Mal Erstmal die Sachen, warte mal, da ist noch eine Feder gewesen Was? Da war eine Feder Ach, jetzt nicht Entschuldigung Ich glaube, das ist dir Dann gib das her Nicht viel Aber Better than nothing Danke, setz dich hin und mach Marshmallow Genau Gibt noch irgendetwas? Ich hätte es an diesem Stein den Gefest gemacht Das sitzt aber lange, bis du dich mit dem Feuerzeug durchgeschmolzen hast Man kann es ja mal zumindest versuchen Noch was, da oben Oh, da ist doch ein Da hängt doch ein Lappen an der Nase Ja, vielleicht mit dem Feuerzeug Sind zu feucht Ich nehme mal ein Nagels-Set Ah, warte Kannst du Das Öl kocht Guten Appetit Haben wir bestimmt noch irgendwas Ja, und jetzt? Musst du die eins Das einsammeln Das Öl Und dann Muss das Öl Ja, aber Ich hab halt nix Ja, dann suche erst Erst mal Halt die Klappe Das ist normal Ach, schade Ah, wir müssen jetzt erst gucken, dass wir irgendwas anderes da festmachen oder sowas, damit, ja Wir brauchen jetzt irgendwie Wir brauchen jetzt irgendwie Ja, dann können wir ja auch nach Hause gehen Ja Weißt du, der macht hier Dix, ne? Der sitzt da rum und Hat Langeweile Ich denke Ich denke, man muss nämlich die die Kette Hey Ah, jetzt ist die Kette frei Mich verarschen Fang schon mal an zu graben Kette holen Kette holen Doch, ne, jetzt geht's noch eine erste Kette an dem Ach man, ja ist ja gut Jetzt Ja, jetzt darfst du, jetzt darfst du Feuer machen Ah Ah Wo willst du mich eigentlich verarschen? Aber jetzt ist vielleicht da noch Ah, genau Da, guck mal Da brauchen wir dann noch eins, eins zum Rädchen 815 Ja Was brauchen wir denn noch? Einen Berg Ja Ja, mit Decke war das Da ist das Kleeblatt Ähm Schneeschuhe Oder das ist offensichtlich sein jetzt Das müsste der Höhenminister sein Mal walkie talkie Ist da Ist da, genau Jetzt brauchen wir noch einen Berg und die Schneeschuhe Ah, da hinten sind die Schneeschuhe Berg 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 Ein Berg Äh, okay, das sah mal... Aus wie ein Berg ist ja gut, okay Pfff 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 Ah, jetzt haben wir die, die komische Stange Noch irgendwas? Bevor ich gehe Müssen wir denn Okay Okay, I'm ready Ja, ist jetzt gut Na So far so good Also Ich muss mich hier ganz... Ich muss mich hier ganz... Hey Oder sowas Ja, das ist... Ähm... Ach ja... Ah, das ist dann... Nachher zum... Was... Wir brauchen da erst eine Kette Ja, na... Ja... Tod Geheimnis von... Eine spritische Expedition erreicht Die Überreste eines Urlau... Alten Klosters in den Karabora... Die Bergen Okay Alle kaputt Es klemmt Und so... Da braucht man bestimmt die Axt Ja, ja... Bla, bla, bla Ja, weil ihr dann nicht weitergehen sollt Ja, dann... Ja, aber ich möchte... Mein Gott Geht das her Jemand hat die Treppe mit Absicht zerstört Ja, sowas Das war ein Skandal Es fällt bei uns hin... Ja... Oh... Nein... Du, 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 du... So... So... Danke, liebes Fahrrad Und nochmal... Und nochmal... Hallo, wie geht's Ihnen? Lange... Warum brennt dann immer noch Feuer? Ja, weil das... Ähm... Zentralheizung ist Fernwärme Oh, da war ein Schatten, hast du das gesehen? Soll, ich freu mich jetzt schon tierisch Es ist hier viel zu dunkel Was hat der denn? Ah, damit kriegst du ein Fenster auf Oh, jetzt ist es heller Jo, okay Dann zeig mal, was hast du denn gefunden? Also gut Ja, ja Schau Schau, da Mein Gott Warum seid ihr so daran interessiert? Ja, wir verfolgen doch den Prediger Genau das, was wir auch schon alles Ähm... Da fehlt eine Seite, so ein Scheiß aber auch Ein Weg, um die Reapers zu töten? Denkst du, dass er die Dagger bedeutet? Oder ist es ein anderer Weg? Hard to say Someone was willing to kill for this information Or to keep it secret Eine Art Wartebuch Oh, dann bestimmt immer An was hat sie gearbeitet? Keine Ahnung Mach doch nicht alles kaputt, du Blödmann Ah, eine Falltür Ich denke, du musst den Tisch wegschieben Ich werde es machen Ich werde es machen Ah, toll Mal erst das Mal bestimmt irgendwo Wahrscheinlich von draußen dann Oder sowas Mal den Den Ofen oder so Die abkühlen können Mal hier Mal hier Nicht nur ein langes Seil Haben wir aber nicht Haben wir nicht Gibt's ja auch nicht Warte, geh noch Ja, geh noch mal in die Die Hütte Ist da Ah Könnte es ein Geheimschloss sein? Ich kann es nicht öffnen, wenn ich nicht weiß, was ich tun muss Einfach drücki drücki machen Kannst du die tauschen? Ah, okay, wir haben... Wir können gar nichts machen, weil sie nicht weiß, was sie tun soll Okay Und was hat sie gearbeitet? Ja, das hast du dich vorher auch schon gefragt Warte, können wir beweisen? Ja, dann tu das mal da hin So, mehr haben wir, sonst haben wir nichts Ah, komm mal Ah, die müssen wir jetzt über der Herdplatte Süßes Kind Warte Süßes Kind Mit dem heißen Ofen müssen wir die jetzt sichtbar machen Und dann kommt da der Fremde Er kommt Ich hab alle Chroniken im Keller versteckt Der Schlüssel ist das Bücherregal Erinnere dich an meine leeren Pro... Äh... Fülle dein Schicksal PS Stelle sicher, dass die Dorfbewohner weit weg und in Sicherheit sind Äh... Bücher, genau Ja, okay Hey Mann, Mädel Nerf nicht Ich dachte, du hättest... Dann müsste da irgendwo noch ein anderes Foto sein, hier an der Wand oder sowas Boah... Süßes Kind Ah, deswegen Da sind wir doch die... Okay Noch irgendwas? Ne, mehr gibt's nicht So, jetzt kannst du... Kannst du das da hinlegen Ah, könntest du mal bitte den... Den Daumen wegnehmen? Aber das kommt da hin Ja, dann kommt das... Und das da war... Ja Das da kommt hier auf die 2 Da? Ja Das sieht schon mal gut aus Und dann kommt das... Gelbe Grün ist hinten Grün ist hinten Und jetzt müssen wir es auch noch in die richtige... Sagen, die drücken Achso Genau Die 3 Das hat... Der... So Dann das rote Dann das nebendran Das da Genau Ja Dann das da Genau Ah, okay Die bleiben dann drin Wenn's stimmt Wenn's stimmt Ah, dann geht es nach Reihenfolge Wie groß es ist So Dann das rote Dann das da Genau Dann das da Dann das ist das kleinste So Sind doch viel zu viele interessante Ja, du kannst... Aber du brauchst halt nur den Schlüssel Und dann, wenn wir da drin sind Dann kommt irgendein Depp Und sperrt uns ein Ja, wahrscheinlich Bumm Puh Ja Ausgeweft Ja Das Buch sieht genau wie das, was wir vorhin gefunden haben Aber ich hab nie diese Sprache gesehen Es hat auch alle ihre Plätze Weren't some missing from the other one? Wahrscheinlich Aber wir können nicht sicher sein, bis wir es übersetzen Ja, wir haben ja oben die... Das Alphabet Dann Aber jetzt gucken wir mal erstmal in den flestigen Grab Wollen wir bestimmt noch... Müssen wir noch Wasser heiß machen irgendwann? Ja, und Tee kommen Kannst du das Diamant auch mitnehmen? Nein, kann es nicht Na Also wenn man die Falle aktiviert, zerstören diese... Dann alles, okay Ah, da brauchen wir heißes Wasser Dann werde ich uns jetzt schön mal einen Tee kochen War da schon wieder was? Wöl Ähm... Ähhh... der Kessel ist leer Kannst du draußen gucken ob du Schnee einsammeln kannst, oder so? Ja da nicht Aber bei der, da, genau Okay Oder hättest du unten den irgendwie Eis einsammeln können? Vielleicht kann ich dieses Seil benutzen. Aber zuerst muss ich das zum Schmelzen bringen. Ach, guck mal. Warte mal. Ah, du meinst damit... Ah, guck mal. Ich kann mal Wasser auffüllen. Ja, genau. Da ist doch schon... Ey, da fliegt was rum. Das braucht ein bisschen... Jetzt können wir das Buch übersetzen. Bilde Paare von Symbolen aus der Chronik und dem Wörterboden den Text zu übersetzen. Ja, ist ja nicht so schwer. Ja, der ist ja nicht so schwer. Ich weiß, dass wir es gegen ihn nutzen können. Ich bin nicht sicher. Aber es ist wertvoll, dass es einen Versuch ist. Es scheint, dass der alte Mann die Reapers seit langem ansieht. Ich habe keine Ahnung, wer er war. Aber er wusste viel über sie. Er hat einen Weg, um ihnen zu verletzen. Und er hat es mit seinem Leben verletzt. According zu diesen Writern, es ist etwas, die Waffe von Gott. Es hat die Macht, um die Reapers zu verletzen. Die Waffe von Gott braucht etwas, wie eine Holy Flame, um sich aktiviert. A Weapon, vielleicht? Alles, was es ist, müssen wir es finden. Gut, gut. Aber vielleicht ist jetzt das Wasser fertig. Ja. Gut. Er wird doch einfach mitkommen, Jürgen. Nachher braucht er dann wieder eine Krücke. Ja, mit Sicherheit. Ja, jetzt wird er halt wach, meine ich. Ja, ist ja gut. Da braucht man noch einen Schlüssel. Ja, warum der immer so lange Ladezeiten dazwischen drin hat. Das ist das Ewigkeitssymbol. So, was haben wir denn noch? Eine Münze. Eine Glocke. Die Münze ist da noch drin. Bestimmt die, die da hängt. Die Glocke müsste da, ne, die ist draußen irgendwo. Ähm, was machen wir denn noch? Pilze und Reis. Das Milch, okay. Der Tasse, wenn das so, oder? Ah, du kannst ja vielleicht den, äh, 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 Töpfkelle da oben benutzen. Kannst du den Milch? Müssen wir jetzt erst einen Zettel machen, damit wir einen Glückskeks bauen können. Ah, muss man anzünden. Und mit was? Außerdem, den Sellerino noch da oben. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist, irgendwo müsste noch Reis sein. Ach, das sind Streichhölze. Da unten. Wir kratzen den Dings und dann kriegen wir den Rauch. Ist in dem Dings ein Zettel, den man mitnehmen könnte? Da liegen doch so Zettelchen. Okay. Ah, jetzt haben wir... Okay, alle Fällen. Okay. Okay. Also. Links. Wenn wir jetzt an der... Links da sind. An der ersten Kreuzung. Ähm. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Tada. Aber können wir uns erstmal hier drum nehmen. Genau, erstmal alles mitnehmen. Aber da fehlt... Bei dem einen fehlt irgendwie noch was. Der Fuß. Der Fuß und so weiter. Und dem anderen fehlt der Kiefer. Jagdmilch. Wissen wir bestimmt irgendwas mitnehmen. Komm her. Oh, süß. Kinderzeichnungen. Komm her. Ah, jetzt haben wir eine Leiter. Komm bestimmt was... Linksbums mäßig. Oh, ne. Das ist kaputt gemacht. Typisch. Fehlt uns denn noch irgendwas? Aber jetzt können wir mit der Leiter... Können wir jetzt... Ja, nein, 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 nein. Die Triche sind... Verbot. Was? Oh. Hallo. W-what are you doing here? Just passing by. Mhm. All the way out here, huh? Well, I'm Brittany. I'm an archaeologist... ...with the Carcalla expedition. Do you have any idea... ...how to lure this kid down... ...before she hurts herself? Ja. Mit Steinen nachher. ...bis es runterfällt. Aber ich glaube, das wäre dieses... ...Verletzungs... ...Geschichte. Aha. ...haben wir es also... ...geschafft. Oh, mei. You're bleeding. We have to treat that wound. Aber er ist doch die ganzen Sachen zu verhalten. Tja. Aha, wir müssen also den ganzen Kram auch selber finden. Ja, natürlich. Ich hoffe, jetzt sind wir auch noch. So wie... ...immer. Come on. ...we'll find somewhere to warm you up. Ja, ich muss das alles machen. Ich muss mal noch Holz finden dann. Ah, guck mal. Ich habe mal eine Anleitung, wie wir den Scheiß auch selber nähen. Ja, und wie man die... ...Räuter und so weiter... ...da ist doch die... ...hau mal die Jagdmilch. Da kannst du denn die Tasse wahrscheinlich mitnehmen. Genau. Kannst du das dann noch irgendwie antippen? Genau. Ah, guck mal. Okay, ähm. Hier drüben war ja. Ja, ja. Die Jagdmilch. Soll ich die schon mal... Ja. Ja, kannst du... Hallo, Jan. So, ne? Ja. Ja, komm. Ich sehe, was du meinst. Die Familie war immer ziemlich langweilig. C. Lin lebt wie ein Eremit, während Po herumlungert. Letzte Nacht habe ich ihn durch die Tür der Segemühle schleichen sehen. Was hat er um Himmels Willen dort gemacht? Sie ist seit Jahren verlassen. Und dann ist da noch diese dumme Expedition. Keiner will sie hier haben. Selbst Po scheint nervös zu sein. Ich sage dir, daraus kann nichts Gutes entstehen. Grüße. Tiao Mai. Ja. Könnte da jemand bügeln? Okay. Hast du einfach ein Problem damit? Weiße Feder. Hat viele Namen. Ruheloser Geist. Weiße Feder, der Beobachter. Seine Schreine können über den ganzen Karkala-Gipfel verteilt gefunden werden. Okay. Karakorums Kloster. Es gibt einige wunderschöne alte Kloster in den Karakum-Bergen. Das älteste von ihnen steht am nördlichen Karakala-Hang. Licht und Dunkelheit. Licht und Dunkelheit. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass dieses Wandbild den ewigen Kreislauf der Tag und Nacht darstellt. Andere sind der Meinung, es stellt den mythischen Kampf zwischen Gut und Böse, dem Krieger des Lichts und den Dienern der Dunkelheit dar. Oh. Was war da sonst noch? Ach so, das ist der... Geprüft. Oh, Zigaretten. Aber warte mal. Hüpp. Da haben wir unseren Dietrich jetzt gebastelt. Zack. Nehmen wir mit. Da brauchen wir meine... Reißen. Durchsuche das Nähzeug nach nützlichen Dingen. So, okay. Ja. Ich würde hier gerne... Die nicht einfach ablegen. Kann ich die... Vielleicht musst du noch was anderes machen. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir extra krumme Nadeln, damit wir uns selber nähen können. So, was fehlt... Ah, guck mal, da oben ist noch was. Aber es stimmt, wir haben ein Wirbelbild. Ah, ja, so ähnlich. Das sind jetzt die ganzen Kräuter, die wir brauchen. Äh, was brauchen wir denn noch? Das Zeug? Da oben. Dieses Zeug? Was ist da oben? Das da? Das da? Ne, das da. Da hast du noch die Pilze. Dieses Zeug. Eine Ginseng-Wurzel, so sieht es mir aus. Oder... Das könnte... 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 Ginseng-Wurzel gewesen. Tada! Was machen wir jetzt damit? Ja, genau. Ah, aber das Feuer ist fast aus. Also müssen wir noch Holz irgendwie... Sagen. Aber warte mal, ich könnte hier... Ach ne, das brauchen wir dann im... Das hier vielleicht schon mal dazu stellen. Ja, können wir auch schon mal da reintun. Das heißt, wir brauchen irgendwo Holz. Irgendwo Holz rum. Ach, kann ich. Ja. Wenn nicht, tun wir das... Können wir das Schloss vielleicht knacken. Ähm, welches? Nochmal zurück. Da oben an dem Tor. Ah, ja. Oder das. Probier mal das. Ob du da... Mit dem Draht... Ne, kann's nicht. Dann da. Ah, da brauchen wir noch ein zweites Ding. Okay. Ah, der... Der ist... Kriegt der jetzt in die Hand und dann haben wir noch eine Blüte. Ah, das ist die zweite Nadel, die wir brauchen zum Knacken. Ich denke, du müsstest nach unten. Nach unten. Oder so weit, bis es einrastet. Es tut mir leid, ich wollte nicht, danke. Oh, tschüss, Leute. Genau. Der einmal ist ohne Griff nutzlos. Dann nimm ihn doch trotzdem mit, du Dödel. Ah, das kann man bestimmt dann als links nehmen. Ah, guck mal, das ist dann... Ei. Darum sollte ich das denn jetzt machen? Können wir das überhaupt schon? Ja, natürlich. Du kannst jetzt drehen. Soll ich's machen? Nein. Nein. Ähm, Moment. Ja, so. Dann werden wir auch mal schauen. Ja. So. 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 Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Das einzige was fehlt ist irgendwie Feuer. Ja. Ich bin jetzt aber hier doch... Ja. Ohne richtiges Feuer. Was kannst du denn? Kannst du mit ihr irgendwas? Was? Sollt man der vielleicht mal was aufs Hirn hauen? Dann kommt bestimmt der Verband rein oder? Ja, das müssen wir auch erst noch trocknen oder so. Kannst du ins Feuerzeug Alkohol packen? Ah, warte mal. Du meinst, dass ich hier das hier mal auffülle? Dann können wir auch Feuer machen. Können wir auch Feuer machen? Wenn die das auch die ganze Zeit brennen lässt im Inventar. Ja, wir brauchen aber noch euer Kram, also was brennt. Wie Holz oder so. Ne, wir müssen wir dran gucken oder so. Kann man doch noch gucken. Warte mal, vielleicht ist da hinten noch... Geht doch noch... Warte mal, was will sie? Ja. Richtig rostig, aber wird halten. Ja, es ist rostig, aber es wird halt trotzdem halten. Ja. Können wir nicht. Wir haben ja nichts mehr. Außer eine Blume. Das hast du ja vorhin schon versucht. Ja, sie will das einfach nicht, weil die Schere für was anderes. Ja, ja. Vielleicht kannst du den Lappen da sauber machen? Nein. Achso, du meinst, dass ich den Lappen hier in Wasser schmeiße? Es ist ja auch schon nass, das Baumwolltuch. Ja, aber das sieht nicht gerade irgendwie nicht aus. Ja, das... Vielleicht kann man auch irgendwo was wimmeln. Ja, das... Versuch ich... Ah, guck mal. Da hinten vielleicht. Ach, das... Können wir hier... So. Das Ding vielleicht... Nein. Die Streichhölzer. Das sind keine Streichhölzer, das sind Zigaretten. Achso, das ist... Achso, Entschuldigung. Das Einzige wäre, dass wir mal einen Tipp benutzen. Was? Was? Den Fächer... Achso, damit... Damit es aufloadert, oder was? Okay. Und jetzt den Topf drauf. Tchubu, 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 tchubu. Jetzt haben wir das. Und jetzt können wir auch den Heizstein da drauf tun. Jetzt ist der zu heiß... Mit dem... Mit der Zange? Ja, klar. Ja. Und dann können wir da hintere... Kann man da das Ding da drauflegen? Das ist aber riesig. Jetzt haben wir die Bandage. Brauchen wir hier noch? Ah. Weißt du, dass wir das alles selber machen müssen mit der Verletzung, ne? Ja, ja, wir müssen uns jetzt auch gleich bestimmt selber nähen und so weiter. Wir müssen ja erst nähen. Okay. Aber bestimmt noch Nadel und Faden. Und das haben wir mit Alkohol jetzt drin. Und jetzt müssen wir nähen. Oh ja. Ich hoffe, es funktioniert. Oder jetzt sind wir fertig und jetzt... Ach so, vielleicht gibst du ja das einfach mal. Nö. Ich will doch die Salve hier hinstellen. Oh, dann... Nein, die Salve muss da rein. Okay. Oh, tatsächlich. Das ist nütz. Na dann, mach mal. Genau. Genau. Ja. Ja. Okay, jetzt müssen wir die Seilbahn reparieren, schätze ich mal. Ja, was hat sie denn hier? Ah, damit können wir die Säure einsammeln. Was ist denn los? Zunächst, ich hab mich geräuspert. Ey, 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 warum... Zurück, rüber, Seilbahn. Seilbahn, du warst doch... Jetzt kannst du da die Säure einsammeln mit dem... Und damit machen wir jetzt das Schloss auf? Hm? Ja. Ja, genau. Hier. Schluss mit lustig. Wir kommen jetzt rein. In der Seemühle. Ey, Zahme, es scheint kein Mörtel dazu... Ach, nö, nicht Mörtel. Nein, wir brauchen irgendwas, womit wir den Stein oder sowas dann rausholen können. Ach so, wie... Ja. Ja, ist ja gut. Ja. Du hast mich eigentlich verkacken. Ja. Du hast wieder alles vergessen. Ah, damit können wir dann die Kette reparieren. Noch ein. Noch ein. Also... Also... Brauchst du irgendwie ein Stemmeisen oder irgendwie sowas? Einer der... Schäften. Windmühle fehlt. Windmühle fehlt. Tja, also so schnell geht das. Irgendwas kaputt schlagen. Äh... Jetzt wollen wir wohl benutzen, um Farmen zu mischen. Verbauen. Lila. 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 Da brauchst du auch noch rot. Da drüben ist ein roter. Ah ah. Fängt das jetzt mit den Lila-Sphären an, die wir einsammeln mussten in... Ja. Ich weiß noch nicht, was mal... Was soll das denn jetzt alles? Okay. Jetzt mal erstmal gucken... Achso, kannst du das Ding da in der Mitte... bewegen? Ah, da mit dem... Da kannst du den Hammer mit dem Hammer draufhauen. Wo das Wasser sich... Nein, das habe ich eben schon versucht. Ohne Bohr... Ah, guck mal. Da ist hier noch... Da hat er eine Eierschale. Guck mal, denn noch mehr Ei. Oder... Leg das doch mal ins Nest. Ja, das Ding ist doch ins Nest. Oder auch nicht. Also ich... Da ist... Also sagen wir mal so... Da ist mal eine Flügelmutter. Eine Flasche. Brauchen wir. Und eine Blume. All das denn jetzt? Bestimmt irgendwas zum Halten oder so. Also... So kriegt man also den Knoten. Efeu. Efeu. Da hinten liegt das Efeu. Ah, kannst du mit dem Hammer vielleicht da hinten, wo die Flasche drin ist? Ich habe den Hammer schon benutzt. Okay. Also... In drei Priemen. Der ja... Und die Flasche da drin, kannst du die so rausnehmen? Okay. So, dreht es nochmal. Da ist bestimmt... Da war doch irgendwie Kette. Ja, aber ich habe gedreht, damit wir die Blume... Ja, ja, nein. Also wir brauchen drei Ketten. Also... Ah, warte. Kann man hier nicht irgendwas drehen oder was? Auch mit dem Blatt. Darf ich mal? Wo ist denn der Bauaufsatz? Das ist eine gute Frage. Das wird der ja wohl nicht sein. Nein, das ist der nicht. Ah, warte. Das ist keine Eierschale. Und was mache ich jetzt damit? Das meinst du jetzt Blieder. Ach nee, das mache ich. Weil da unten müsste wahrscheinlich Boa... Ja, mit dem hier aber... Aber wo ist der Boa-Aufsatz? Da ist er. Da. Oh, Mann. Da hinter dem Sack eine Kette? Ja, und... Ja, ist... Ach so, die habe ich doch... Ach so. So, und jetzt fehlt nur noch das Boot. Das irgendwo versteckt ist. Bestimmt mit... Das Stück Rinde würde ein gutes Boot. Ah, und dann kommt das da drauf und jetzt... Und das Blatt. Okay. Das war ein wunderschönes Boot. Ja. Guck mal, jetzt haben wir den Riemen. Ja, mach du. Was denn? Nix. Und wenn ich das erste Mal... ... steht ein Gelenk an der D... Jetzt bin wir zurück. Und dann kommen wir hier... ... es reparieren. Sollen wir das denn jetzt abfackeln oder was? Äh, nö. Okay, wahrscheinlich... Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal was... Das Wetter ist zu schlecht. Um etwas zu erkennen, will die mich verarschen? Ja. Da scheint doch quasi die Sonne drauf. Ja, definitiv. Ähm... Vielleicht können wir hier hinten noch irgendwie was machen. Da brauchen wir den Griff. Fehlt noch was. Ja, das müssen wir von unten aus der Sägemühle machen. Endlich noch irgendwo hier was dann... ... brauchen können. Ähm... Offensichtlich nicht. Und da oben? Nö. Da oben haben wir auch nix. Muss doch noch hier irgendwo was sein. Kannst du irgendwie den Stein lockern? Ja, das habe ich eben versucht, aber das... Und die Tür? Ist da? Ach, guck mal. Da ist der Griff. Da fehlen noch Kugeln. Na, da unter dem... Da fehlen noch Kugeln. Da fehlen noch Kugeln. Und da oben wahrscheinlich... Da ist auch noch eine. Da ist eine... Ist das eine Blume? Oder was ist das? Eine der Kugeln liegt auf dem Stück heute. Das... Diese Blume kann... Ja, okay. Da müssen wir jetzt Wasser rein tun. Ja. Okay. Können wir uns den... ... Heimer nehmen. Wasser. Jetzt zurück. Äh... Ach, Quatsch. Wegemühle. Äh... Ja, du musst dir wahrscheinlich... Dirig... Ja, dirigiere die durch die Öffnung. Ach so... Ja, jetzt... Ja, du musst auch schon mal ausprobieren. Ja, jetzt haben wir... Ja. Dann haben wir zumindest mal... ...das Ding. Wollen wir noch irgendwas, womit wir den... ...äh... ...Dings reparieren können? Ich würde das hier dann durchführen, den... ...und irgendwie müssen wir das noch... ...damit das Rad sich auch dreht. Wir haben immer noch nichts mit mir das da oben... ...machen können. Vielleicht nochmal wimmeln? Vielleicht... Ach, guck mal. Fenster müssen wir aufmachen, damit wir dann da hinkommen. Jetzt können wir vielleicht... Ah, da müssen wir den... Willst du das machen? Ja. Ich mag das machen. Okay, also ich denke, der, der den Tee trinkt, der kommt da unten hin. Ja. Ah, ne. Ähm... Ich könnte mir vorstellen, dass der da da oben hin gehört. Ach, ne, der hat... ...da ist nen... Ähm, warte mal, wo ist denn der da? Der... So, der passt da oben, so. Ähm, der hat nen Stift in der Hand, oder? Der da. Ja. Der will doch bestimmt... Ne, okay. Ja, genau. Und das sieht auch gut aus. Ah, der da? Der ist der da, genau. Weil da ist das... Der ist bestimmt da oben. Ist das oben? Ne, nebendran. Da hin. Genau, wegen der... Wer hat denn... Wer hat denn das Kätzchen da... Der da hat das Kätzchen. Ah, guck mal, der hat auch... Ah, das ist das. Ist... Oben... Ähm... Der da? Hier? Da? Hier? Da hin. So. Der sieht auch schon mal gut aus. Ah. Und die, die... Die da guckt... Die der nach unten guckt... Die kommt da oben hin. Der... Jetzt tauschen... Musst du die zwei noch tauschen. Jetzt. Ah. Heilige Flamme... Entschuldigung. Beschützt die Menschen. Sie bringt Erleuchtung und Hoffnung. Sie führt und stellt sich der Dunkelheit entgegen. Immer achtsam, ewig brennt. Okay. Sie sind zu wissbegierig, neugierig und zu entschlossen. Diese ganze Expedition stellt eine Gefahr dar. Sie werden es schließlich herausfinden und das kann ich nicht zulassen. Ein neuer Mann hat sich der Expedition angeschlossen. Er behauptet ein Professor und Spezialist für tote Sprachen zu sein. Ich kann es nirgends festmachen, aber es stimmt... Aber es stimmt mit diesem Mann etwas nicht. Das ist nicht so besonders gutes Deutsch. Ähm. Er macht mich nervös. Ich habe letzte Nacht eine Silhouette gesehen, die sich aus dem Kloster geschlichen hat. Es war wie ein Schatten, der in der Dunkelheit verschwunden ist und keine Spur hinterlassen hat. Ich muss irgendwo näher an die Spitze ziehen, wo ich alles besser im Auge behalten kann. Ich möchte dich stolz machen. C, Lin und Po. Im Sommer 14. Das ist also Po. Okay. Den Gürtel. Den Gürtel. Schnall den Dings da. So. So, jetzt können wir den Gürtel des Gurt Dings reparieren. Ja, wenn das Spiel auch soweit ist. Ja, das ist ja... Den kannst du dir denn hier festmachen? Ja. Den ersten Mal... Nein, dann nicht. Ja. Ja. So. Und dann... Ah ja, die tut es schon... Ja, da red doch mit ihr. Nein, nein. Pass mir die Beld durch die Tür. Ich nehme es von hier. So. Können wir hier noch was machen? Nee, im Moment glaube ich nicht. So. Und jetzt können wir wahrscheinlich die Seilbahn benutzen. So. Genau. Steckt fest. Wollen wir nochmal mit ihr pappeln oder so? Ah. Wir müssen doch nochmal rein in die... Ja. Genau. Jetzt... Wir müssen den... Den... Des... Dings hin... Hinschieben. Genau. Den... Den... Sch... Ja. Genau. So. Aber weil das Wasserrad noch nicht läuft... Oh Mann. Ihr Kopf. Ah, okay. Wir müssen das... Ich denke, das wird hier ganz unten sein, weil es eine gerade Dings hat. Dann... Ich denke, das... Das? Und das da kommt wahrscheinlich ganz oben hin. Das... Genau. So rum. Okay. Ah, jetzt... Jetzt können wir vielleicht... Ah, guck mal. Entferne den Müll, der das Rad blockiert. Muss man nicht zerreißen. Das versteckt sich nicht. Das versteckt sich nicht. Das versteckt sich nicht. Mit dem Hebel. Man kann's... Da müssen wir den Stein wahrscheinlich kaputt schlagen. Ohra. Das ist ganz unten der Hammer. Nein. Nimm mal einen Spiegel. Ah. Ah, damit könntest du... Als Hebel benutzen kann. Dacht ja eigentlich diesen Wagen hier. Oder was das hier ist. Ja. Aber das... Ja. Ah, warte mal. Haben wir... Haben wir irgendwas, womit wir die... Die Schraube lösen können? Ah, warte mal. Vielleicht auch mit... Ja. Dem nicht, ne? War das da nicht danach raus? Ach doch, hier. Genau so. Jetzt läuft wahrscheinlich das... Jetzt müssen wir dann wieder aufmachen. Jetzt läuft das Rad. Yay! Juhu! Und jetzt? Ja, wieder in die... Da rein. Und jetzt kannst du's... Rabbel, 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 rabbel. Guck mal mit der Seilbahn fahren. So, dann... Kind. Komm mit. Wir müssen gehen. Sit in der Auto. Ich werde es aufbauen und mit dir in eine Sekunde. Na 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 na. Boah. Ja. Das ist es. Ich frage mich... Wie kam du da vorhin? Hey, da war ein Schraube auf der Wand. Strange. Ja. Das ist fake. Ja. Ja, dann guck doch mal. Das ist so ein Wurfhaken. Da kannst du das Spray-Ding sein? Ah, genau. Da ist auch nur Blume. Schüssig. Gut. Ja, da brauchen wir bestimmt noch Seil. Ah, Spray. Ich komme dort ohne Bergsteinausrüstung nicht hinauf. Okay. Ah, das sind Dings. Ja, da ist der Schnee da drüber. Zu Eis gefroren. Mit blaues Lenden. Kannst du... Ja, das Haarspray? Okay. Dann nicht. Da brauchen wir bestimmt so eine Spitzhacke oder irgendwie sowas noch. Ich dachte, man könnte so Flammenwerfer-mäßig das wegschmelzen. Ja. Hab ich gedacht. Das ist gefroren. Mit den.. Mit den... Mit den Pickel-Dingern da. Mit den Pflöcken? Nee, kannst du nicht. Da oben ist eine Feder. An dem... An den Wimpeln ist doch eine Feder. Kannst du in dem... Im Auto irgendwie was machen? Naja, kannst nicht. Naja, kannst du nicht. Kabel auch. Ach guck mal, hat doch Brotschaften. Ach mit den Pflöcken, tu mal die, die Pflöcke. So und jetzt kannst du die Bänder da festmachen. Ja, mit der Schaufel. Brauchen wir einen Hammer. Na hier muss man ja in der Kabine. Ja, oder was? Ja, ja, aber wir müssen erst das festmachen, bevor das... Wir wissen nicht, ob nach rechts oder links und so weiter. Ist da hinten da, bei dem da noch irgendwie, dass man da irgendwie einen Festflockstein, kannst du hier dann... Wir haben ja keine Schaufel mehr. Boah. Das ist auch... Ja, irgendwie... Okay, weißt du was? Oh, guck mal hier. Ah. Oder willst du jetzt hier... Wir machen jetzt hier Feierabend und dann sind wir nächste Woche wieder frisch. Okay. Und wissen dann wahrscheinlich, was wir machen müssen. Was wir machen müssen. Gut. Ja, dann bedanken wir uns mal fürs Zuschauen. Dann geht es nächste Woche an dieser Stelle hier weiter. Mal, ob wir durch diesen Schneesturm kommen. Zum Kloster, ne? Da oben hin. Genau. Ja. Ansonsten, hier geht es weiter am Freitag in unserer Taverne in Travelers Rest. Da gucken wir mal noch, was wir so treiben können. Ja. Auch mehr Leute verdienen. Mehr Gold verdienen. Ja. Das brauchen wir garantiert. Wir brauchen bestimmt viel Gold bis zum nächsten Patch. Ja. Die Zeit sollte man nutzen. Ja. Ähm. Ansonsten, wer wissen will, was und wann wir streamen, kann gerne auf unseren Twitch-Streamplan schauen. Der ist soweit aktuell. Es empfiehlt auch auf Twitter zu folgen, at CalebGorth. Da gibt es nämlich die Infos auch. Und wenn sich irgendwas verschiebt, was ausfällt oder sonst irgendwelche Infos zu lesen gibt, dann sind sie auf Twitter. Ähm. Wer, äh, noch mehr sehen möchte, kann gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen, youtube.com slash CalebGorth. Da gibt es nämlich, ähm, unsere ganzen bisherigen Streams und noch viele, viele Let's Play-Videos zu Sims-Reihe, noch andere Wimmelwild-Spiele, Point-and-Click-Adventure und noch vieles mehr. Einfach mal reinschauen. Und helfen lassen. Ansonsten, habt noch einen schönen Rest-Mittwoch, ähm, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.